Rameda stattet jetzt ihren Volvo XC60 mit einer Anhängerkupplung aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Der abnehmbare Kugelkopf wird von hinten in die Aufnahme gesteckt und mittels Hebelsystem verriegelt. Die maximale Anhängelast beträgt 2100 kg bei einem D-Wert von 11 kN. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 90 kg. Im Lieferumfang ist eine 13-polige Steckdose enthalten. Das Paket kommt mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz für Ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung ist fest mit dem Rahmen verbunden. Die Blinküberwachung erfolgt über den Datenbus. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist keine Fahrzeugkodierung notwendig. Abnehmbare Anhängerkupplungen haben meist keinerlei Einfluss auf die Optik Ihres Fahrzeuges, da diese bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit einer Einparkhilfe sollte man jedoch aus technischen Gründen zu dieser Variante greifen. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage-Points in ganz Deutschland liefern. Seite und an die Tüge bis sein. Deshalb sind die in der Fischart der Fluss durch die Tüge auf der Nähe Kälte. So eine Kälte kann ich mit bis. Das ist auch ein bisschen Schraub-Masch. So eine Klage- und halte Böden. so ein bisschen mehr ist. So eine Kälte wird als Kälte werden. So eine Kälte wird nochmal in die Skate-Niveau. Bis zum nächsten Mal.